start so ich habe jetzt nämlich auch der krieg ist vorbei amerika hat gewonnen der krieg dauerte 27 tage gefechtssieger deutschland wirklich mehr männer verloren panzer verloren er hätte noch eigentlich die russen gewinnen müssen weil die am wenigsten verloren von allen ich kapiere ich auch nicht was hast du gewählt wähle einen neuen krieg oder zum nächsten krieg ich habe einen neuen krieg zum nächsten krieg also rechts ich könnte auch oben das x anklicken ich glaube das hat bei mir auch nichts geändert ehrlich gesagt ich habe jetzt das x angeklickt server auswählen status empfohlen julius war vor europe 1007 was nicht will im server nicht hä wo bin ich jetzt hattest du auch die weltkarte im hintergrund mit server auswählen das habe ich gerade du bist sowieso offline bei mir warte ich gehe jetzt mal jetzt sieht man wieder die e mail adresse mit der ich mich anmelde schön muss ich was drüber legen in der zeit oder ich lasse das so bla 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 das menschen wir haben heute wieder so ein paar schöne schnelle runden haben so jetzt müsste ich als online drin stehen ich bin nämlich jetzt habe ich hier helden generelle entwicklung blablabla nachrichten day five one thousand wars bla 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 schließen die mitgliedschaft nehme ich an oder nehme ich nicht aber ist der beweis du hast sie gesehen also bist du online helden habe ich nichts neues doch 50 prozent xp plus okay das reicht mir schon das kann ich erst auf stufe 10 allein 50 prozent ip plus ich habe zwei prozent bei mir schon plus 50 prozent xp die ganze zeit schon bei jedem charakter ach so ja das stimmt bei mir auch aber bei dem bonus von unserem trug meine ich stand letztes mal 106 prozent plus und jetzt nur noch zwei der shop bietet auch nichts neues ich mache einfach mal bereit ich habe ja eh nichts um zu ändern hier ja gut da muss ich dann über die e mail adresse was guck dir mal an wie sich die karte verändert hat ach du scheiße ja was spiel man überhaupt für eine schlacht halten und einnehmen glaube ich heißt das also das was wir die letzten folgen auch gemacht haben ja ich habe das ja immer abgewechselt ja naja ich lass mich überraschen was das ist ich merke mir das ja nicht jetzt muss ich das war laut zwischen überlegen ich habe wirklich übelst viele projekte am laufen gerade noch mein grund hier ist ein general star wars rest was war das andere das war ich habe ich habe mein desktop nicht das sind schon fünf ne das sind vier und deines noch ja wir haben fünf halt meins du hast mit mir vier und ein single player ach ja das sind die lego batman dinger ne die mache ich erst einmal nicht ich habe ja noch zwei single player games schon fertig geschnitten und gerendert aber noch nie hochgeladen ja einen im unterhalten heißt das ja dann wird es Zeit für ein fünftes projekt wir hätten ja beinah ein fünftes projekt wir hätten ja beinah ein quativerse wolltest du noch ja dann müssen wir auch die zeit finden wir zwei ja ich bin schon froh dass da ein wenigstens äh meine maus 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 da naja aber ich muss mal kedo anschreiben ich will ihm einen kleinen tipp geben für sein rp projekt was er dort da hat oder welche wirklich mal fragen wegen dem anderen projekt ob er da lust drauf hätte mit zwei leuten aber wird er bestimmt mit seiner kirche drauf spielen wollen kann er ja gerne machen natürlich also er ist ja auch bei mir auf dem discord also das reicht ja schon aus und ich bin bei ihm drauf let's go yo map kenne ich noch nicht ich auch nicht ach doch doch da waren wir schon mal dies verkehrt herum von der wir schon mal waren glaube ich jedenfalls dass das hier ist dako ich höre es schon wieder wo rennst du hin o1 dann komm ich hinterher bei o2 siehst du ja schon wird schon angenommen mhm aber ich renne da sehr seitlich nach jaa dito die sind schon ach du scheiße hier gibt es wieder Panzer das geht dir in jeder du denkst mal aufs Panzer nein aber das haben wir gefunden nicht in jeder das haben sie aber eigentlich ähm schön gemacht die haben die Panzer und Flugzeuge immer ausgeflogen mhm ich bin ein ach du scheiße Panzer pass auf scheiße wer hat mich gesehen ha 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 scheiße scheiße oh gott kann der sich mal verpriesen ne deswegen renne ich jetzt woanders hin ne deswegen renne ich jetzt woanders hin die Frage ist nur wohin ich renne mal zu o2 da fährt ein Panzer von uns hin und ich glaube da wird auch gekämpft ja ich werde beschossen ja o2 o3 so ja o3 ist komplett safe bei uns da ist schon der zweite Panzer von denen ja die spawnen ja auch wieder nach irgendwo sitzt ein Sniper bei o3 Achtung Ike zu dir kommt 4, 5 ja 4, 5 was ja Leute achso naja schau sie sind hinten im Busch ja das sind mehr als genug boah ey wo du Panzer zerfetzt also gegen Panzer genommen scheiße ey meine Knarre verzieht immer noch obwohl die Stabilisation richtig hoch gepusht ist bei mir also ich habe in deinem ersten Video habe ich mir ja angeschaut du ballerst als wäre es ein Maschinengewehr äh das ist ein Dreischuss die Dreischussknarre habe ich also halbautomatik ja und trotzdem ich habe die ähm ich habe ja hier Lauf und Federung und alles drinne dass es richtig stabilisiert ist die verzieht trotzdem noch richtig stark ich müsste vielleicht die Maus Sensitivität noch mal ein Stückchen runter drehen kann ich ja gleich mal machen äh Eingabe oh man ey das ist nicht meine Runde ja das fühlt sich gleich mal ein bisschen besser an Alter schau dir unsere Punkte an wir haben noch gar nichts ja 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 ich bin auch nur Platz 10 nee 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 jetzt 11 die fahren dann mit äh Auto um bei O3 und dann werde ich schon wieder vom Panzer abgeknallt ich hasse diese Dinger ja kann ich schon wieder ausrasten wo sind unsere Panzer naja 93 94 ich bleib schon stehen keinen Bock mehr 97 98 99 vorbei boah gerade mal zwei Kids gemacht in der Runde ich glaub auch nicht viel mehr 3 oder 4 Schlacht 3 Sterne so Bonus abholen ja den hole ich mir jetzt äh was ist das Ausrüstungsplatz Fernglas irgendwas anderes extra Platz für bla bla nee so schließen äh was haben wir hier Niederlage Sowjetänderungen erragen den sieht bei Einahme und Heil ne vier Goldmünzen gekriegt Rockstar Dancer Till I drop My love is a party My home is the club Nostics is the dance floor Party never stop Party never stop mir